hallo liebe freunde heute möchte ich euch wieder ein unseren geheimnis vorstellen wir haben wieder kleine kätzchen dieses mal zwei jungs sie sind 25 august geboren und im moment sie sind wochen jung von anderen wurf wir haben für uns eine kätzchen gelassen gerade sie sie heißt tigre und jetzt sie hilft ihre mami ihre geschwister großziehen da sind zwei buchchen einer ist schon reserviert und anderen werden wir vorschlagen sie beide sind wunderschön und geschwister von dieser kätzchen von anderen wurf zwei wohnen schon in düsseldorf wir sind auch im august umgezogen und besitzer ist sehr zufrieden wir bekommen von von ihnen foto und videos und er sagt immer dass sie sind sehr lustig naja mit unsere kätzchen wird euch nie langweilig wenn sie an der kater interesse haben kontaktieren sie mich ich gerne beantworte alle fragen mein whatsapp nummer gibt es in beschreibung des video mir ist lieber wenn sie mir sofort in whatsapp schreiben also tschüss und bis dann time so so so